so was braucht ihr ja warte mal die haben doch bestimmt vielleicht kann man die drauflegen ja mein Isozeug ging schon in der Willigau deswegen kann ich ihn wieder mitnehmen es geht ich denke ich sollte ihn zuerst öffnen oh nein ich weiß wie Junge Geht das in die Stadt zur Säge? Kopf abgesägt Nein, höh? Hallo Versuchen Ja Wie ist mein Spinner? Das sind so gut durchs Hey, was ist? Ich sehe es kaum, Alter Hä? Haben sie welche Knochen? Ja, schau die Tür Hallo Kann ich das jetzt hier drauflegen? Die ist zugegangen Das ist ein Blutopferentualer, was ist das? Die gucken mich alle an Nicht alle Oh, ich muss das öffnen können Wo ich Irgendwo finden können Wo denn? Ich will nicht überall zahlen I mean Äh, was ist die ganze Welt? Der ist hier unten Oder waren die schon immer unten? Oh, die ist noch ein Band Kann ich das, äh, abspielen? Was ich alles Dafür tue, ey So, Band 3 Was ist das, äh, was ist das, äh, was ist das, äh, was ist das? Wenn eine von ihnen zu uns befinden, ist es all aber nicht möglich zu stoppen. Sie spielen mit unseren Böden und Böden. Das heißt, dass sie das Wohin ist, dass sie nicht mehr Menschen sind? Sie sind nicht mehr Mensch. Sie sind nicht mehr Mensch. John, ich empfehle Sie. Sie ist nicht mehr Mensch. Ich werde das Wohin erzählen. Ich werde das Wohin erzählen. Madison Hale. Und ich werde dich wiederholen als ich etwas finden. Ich werde das Wohin erzählen. Ich werde das Wohin erzählen. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Bitte. Bitte. Wenn ihr Kind bereits hat Kontakt mit dieser Entity. Ihr Leben. Ihr und deine Familie. Ihr ist in jeopardy. Mom. Chanel. Was habe ich getan? Ich muss eine Art und Weise finden. Was ist das? Was ist das hier in der Hand? Mein Körper bärzt. Horns. Hä? Was ist das hier in der Hand? Mein Körper bärzt. Horns. Was ist das? Es ist schon 1986. Es ist 1968. Achso. Wie geht das? 7196 0187 0187 0188 0188 0188 0188 0188 0188 Ich muss noch mal gucken, bis gleich. So, ja, ich hab was vergessen, oder übersehen. Hier müsste es irgendwas noch gewesen, ja, hier. Diese Kneifsange müssen wir mitnehmen. Und die brauchen wir, glaube ich, für die Küche, ne? Für die Küche, Küche. Oh, das ist okay. Aber wer jetzt macht? Der Mann. Hör auf, bitte nicht. Bitte nicht. Aber was ist denn hier versperrt? Das ist so schlimm. So eine Karte einfach. Ist das denn ernst? Nur so eine Karte? Das Ding ist, das habe ich schon immer noch, ne? Gab es noch irgendwo was? Was ist... Warum bewegt sich denn hier alles im Haus? Stimmt, die Toilette. Die Toilette. Do not use. Trotz ein Tusch. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Die Toilette zu öffnen. Oh. 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 Ich lasse es ja, Mann. Was ist das in Gewicht? Oh. Oh. Wie viele Mal muss ich dir sagen, dass es niemand in diesem Haus gibt? Ich bin fertig mit deinen Scheiß. Albert, hör auf mich. Es ist nur ein Buch. Ein fucking Buch, Elisabeth. Siehst du? Es gibt niemanden hier. Es gibt keinen Sinn. Es ist nicht real, Gott sei Dank. Ich weiß. Alles, was passiert mit mir ist, hat etwas zu tun mit dem. Ich weiß es. Es ist eine Krankheit, Elisabeth. Du bist leid, für den Gott. Ich bin nicht leid. Du wirst verlieren, wenn du nicht die Karte verletzt hast. Das Buch hat nichts zu tun mit deinen Krankheiten. Ich wünsche dir, dass du nicht so bist, wie ein Kind. Du bist schlafen, wie ein Kind. Du bist schlafen, und gehst dein Gott sei Dank. Jesus. Du denkst, dass es normal ist? Du denkst, dass die Karte verletzen wie ein Karte? Ich sage dir, dass das fucking Ding, das das für mich hat. Enough, Elisabeth. Stopp, als ein 10-Jähriger und geh zum Bett. Elisabeth. Warte, die sich auch, oder was? Alles hat angefangen, den Tag, dass wir das fucking Buch in diesem Haus gebracht haben. Was ist denn jetzt alles Dämonen hier? Was ist das denn für ein Game? Blu-Nice, das habe ich schon. Ich habe auch gelesen. Ich bin fertig, und ich nehme Johnny mit mir. Wir sind nicht hier. Warte, 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 das ist... Oh, das ist so zu viel. Du bist ein Paranoid, Elisabeth. Es ist 4 Uhr. Geh zurück zum Bett, bevor du dich wachst, Johnny. Kombination, rechts und rechts. Ich kann nicht über das. Du wirst dich nicht vergleichen. Du wirst alles alleine. Es ist nur du und deine stupide, fucking Klocke. Bitte auf. Auf. Der Raum ist immer noch abgeschlossen, der wird schon zum Schluss. Junge. Warum wirft den hier alles um? Das verstehe ich nicht ganz. Das war doch sonst nicht so. Das ist alles abgeschlossen da oben. Wo ist das? Betonblock. Keine Ahnung. Hä? Die Lampen sind schief. Warum? 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 Wenn du die Kombination brauchst, wirst du wissen, wo du es findest. Die Lampen sind schief. Okay. oder hat das mit der uhrzeit zu tun ich habe keine aber das mit der uhrzeit zu tun Es ist mir ein Rätsel. Betonblock, wo kann man den Betonblock einsetzen? Boah, immer diese Sachen. Man kriegt Sachen, aber ist halt überfragt. Was war das? Wo braucht man denn noch Sachen? Nur die Uhr müssen wir nur noch öffnen und ein paar Zimmer. Aber wo kann man denn jetzt einen Betonblock einsetzen? Da öffnen sich hier mehr neue Gefilde. Wieso kommt man das hier öffnen? Nur wegen dem Ding? Kann jetzt sein. Kann er entspringen? Zwei, alles offen. Naja. Heißen Betonblock. Leucht, komm. Brauchst du einen Betonblock oder was? Also wir müssen nur mal gucken. So, als nächstes müssen wir mal überlegen. Er meint ja Hörner. Er geht Hörner und hat irgendwo Hörner mal gesehen. Gut. Stinkt immer an Hörner, direkt an Teufel oder sonst was. Aber es ist ein Tier. Wisst ihr, wo ein Tier war? Genau. Beim Fernseher. Wisst ihr, wo der Fernseher war? Genau. Hier hinten rechts. Ey. Und ich hab mich schon gefragt, ob wir so die Fotos-Dinger sind. Weil wir das fotografieren sollen. Ja, natürlich wird's dann. Müssen wir hier rein. Hey. Nein. 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 Nicht wieder. Nein. Nein. Scheiße. Ich... Ich... Ich kann nicht meine Finger fühlen. Was ist mit meinem Körper passiert? Die Bohren auf jeden Fall aufgeschlitzt, aber... ... und die zwei. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Es war ein rohes Licht, aber... ... alles war scherz. Okay. Ja gut. Soviel zu dem Thema. Haben wir das auch. Aber... Gut. Wo geht's jetzt hin? Ach, der hat was gesagt mit Licht. Ja, welches Licht? Nee. Äh... Welches Licht? Hier flackert nochmal ein Licht. Nee. Auch nicht. Hier kann es sein. Aber... Licht, das sieht so komisch aus. Äh... Licht, 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 Licht. Ich... Ich kriege direkt Gänsehaut. Ja, die können wir mal alle reinlagern. Ja, komm mach zu. Die... Ich wüsste wo... Ah, warte mal. Wir haben irgendwo ja... Wo war das nochmal? Nein, nicht neben. Fliegen. Ich hab die Schaufel vom Auer erstmal nicht mehr. Hm... Der Hammer. Das nochmal. Äh... Wo war mal die kaputte Lampe, die... ... so abgeknickt war? Eben. Wo war das? Hier fallen auch schon Bilder runter. Ey... Ich kann das nicht mehr. War das da hinten? Ich guck mal selber nah. Da schlief eine Lampe. Oder das Licht? Weil es rot ist. Ja, hier. Ich... Ich... Versteh's nicht ganz. Mann, ey... Mann, ey... Irgendwas... ...mit dem Lichten, ja? Warte, hier fiel das Ding runter. Muss ich hier runter? Was? Was? Die Tür klinge, ja? Wo ist sie denn? Wo sind die Tür klinge? Wo sind die Tür klinge? Was? Oh, nee... Ey... ... ... ... Du bist verstehst. Drei 40 Jahre. Keine Ahnung, wo ich draufstücken. Da ist ja auch für zwei. Zwei gedrückt. Was ist das denn hier? Warum ist das ein Fahrstuhl hier? Der Tisch. Ist ja einfach nichts. Was ist denn jetzt? Judith Hall. Judith Hall? Oh, die ist an. Ein bisschen Pitner. Können wir da vielleicht den Dingsblock hinlegen? Meine Karte. Oh. Es ändert sich wieder alles, ne? Auf die Etage. Ey, das ist so verwirrt. Ich kann einfach nicht mehr. Oh, zu spät. Ich bin mal da, wo die Hand war. JŽ. JŽ. Hier. Nie, das geht nicht. ich habe jetzt zwei möglichkeiten es war nix er hat sie mal die fresszeit mit deinem juh juh jetzt vielleicht sein wir sagen die bilder aus wie ich gemacht hatte jude halt doch die klappe jemals zur vierten etage wir haben uns laut raus hier muss man was reintun da aufmachen ashley smith ist sehr verdächtig schwarzsporen das ist immer so voll übertriebenes reiz ok da kommt nix dann würde ich sagen ja ok da steht es aber echt nicht smith kann man da heranzoomen da steht dann auch da dran welche etage man hin muss keine ahme wir fahren ja zu fünften ja der vierte geht nicht weicher naja ist ja gut oh nein können wir fahren lieber doch woanders hz dritten oh nein was habe ich jetzt gemacht was war das denn ah ah vergessen hier kann man wieder kloppen ja ja hier kennen wir doch ok der ist nicht warum ist das so groß ist falsch ne guck mal ich glaube das ist es wenn das kein plakat hat jetzt bin ich mal überfragt jetzt bin ich mal überfragt ich muss mal kurz gucken oder sehr mal offline ein bisschen machen das ist mir ein bisschen zu hoch dann bin ich Sony bei da